Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Battle for Aciroth. So, wir müssen irgendwo hin, die Nekropole. Die Nekropole, eins hätten wir auch noch heimlich nach Zalm. Was? Blutsucher, mhm, die haben wir auch noch. Wir machen erstmal die Nekropole. Die, genau. Die Pole machen wir erstmal. So. Hey, ich hab den Schreckensumpf entdeckt. Ich will mir noch ein Breitier holen. Ich muss noch mal gucken, wie das geht. Oh, der ist Elite. Das ist nicht schön hier. Ein schönes was anderes. Die Kerzen am Platz. Und die Opfer sind bereit. Jetzt noch den Zirkel malen. Wir hoffen. Moment, ich muss mal im Dusen. So. Da seid ihr ja. Wir sind bereit anzufangen. Letzt beenden. Ein Tribut für den Tod. Wir haben alles fürs Ritual zusammen. Es ist Zeit anzufangen. Damit das klappt, muss ich die alten Worte singen. Das ist eine erschöpfende Aufgabe. Aber also müsst ihr für mich den Mojo-Fetisch nehmen und die Ritualkreise zeichnen und dann die Trommeln schlagen. Wenn alles klappt, würde Wonsan die uns in den Tempel einladen. Wenn nicht, sind unsere Seelen verloren. Sparen wir also... Sparen wir uns also die Fehler. Pass auf euch auf. Lasst die Vision eure Schritte lenken, bis sie den magischen Kreis bilden. Vorsichtig. Nur Insandie wird verärgert sein, wenn das Ritual schlampe ich durchgeführt. Sehr gut. Jetzt schlagt die Trommel. Wo ist denn die Trommel? Achtung! Trommel! Oba Kusutatubo. Großer Wonsan die. Diese Opfer erwarten euch. Ha 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 ha. Die Stimme kenne ich doch. Und Geschenke. Sehr schön. Kommt rein. Kommt rein. Hä? Hier. Was denn? Hast du? Naja, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Hopp. Oh, Norona. Hauer. Au. Oh, hier ist ein. Ja, ist hier. Und den sollten wir uns gleich kriegen. Oh ja. Oh ja. Ob das so gut ist, wenn wir mit irgendetwas tun? Und? 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 Herr will mit euch sprechen. Mächtiger nur. Oh. Was fühlt euch zu euch? hierher zu kommen. Doch mit Mut alleine werdet ihr Bromsandys Gunst nicht gewinnen. Oh nein, er 3. Überreste der verdammten. Seit die Geister diesen Gunen anrufen, ist mein Tempel mit der unerträglichen Verderbnis der Untoten überzogen. Die Untoten sind zwar was Monstruositäten, aber die Blutsteine, die sie erzeugen, sind richtig mächtig und können für Bronsandi noch nützlich werden. Werdet ihr mir zeigen wollen, wie es so um eure Inbrunst bestellt ist? Dann säubert mein Tempel von diesem Dreck und bringt mir ihre Blutsteine. Der insoweite Tempel. Die Geister der Gläubigen strömen in mein Tempel. Ihr seht sie doch da draußen, oder? Sie kommen um die andere Seite zu betreten und sich meinem Reich anzuschließen. Aber es dringt auch Geister in die Tempelanlage ein. Die Bronsandi, die Rücken gekehrt haben. Sie huldigen Gunen und verbreiten ihre Blutmagie über die Nekropole. Das muss jetzt aufhören! Geht da raus und entfernt diese Entweihung, die mein Tempel beschmutzt. So. Und die Heimsuchung des Todes. Bronsandi weiß, warum ihr hier seid. Ihr braucht nen Gefall. Bronsandi mustert euch schweigend. Ein Test, um zu sehen, ob ihre Bronsandis zeitwürdig seid. Es gibt Geister, die in ihrem Gebeten an gewissen Gunen besiegen und mich nicht mehr verehren. Und ich werde ja wohl nicht zulassen, dass jemand mein Tempel entweiht. Also geht und besiegt den stärksten uralten Geist für mich. Wenn ihr das macht, dann seid ihr meine Zeit und Mühe vielleicht wert. Geht schon mal an. Wohnsandi wacht über euch. Ja dann. Ich muss dann mal zurück nach Sobal. Ich muss noch jede Menge Seelen sammeln, bevor ich meine Schuld abbezahlen kann. Macht's gut. Wir sehen uns bald. Macht's besser. Macht's gut, macht's besser. Gehen wir erst in die Richtung, oder? Ja. Was lustig ist, wir haben hier auch irgendwo eine Schatztruhe. Mhm. Ah, hier sind diese Kugeln. Die müssen wir antippen. Mhm. Aber ich glaube, da kommt nichts Gutes raus und hier ist irgendwo noch eine Quest. Ach, die ist für hier. Was? Wer ist für hier? Das für das, äh... Zusatz. Das macht ja nichts. Das muss irgendwo noch eine Quest sein. Ah, ich sehe sie. Oh, ich glaube, das ist eine Frau. Es ist eine Frau, eine Magierin. Dein Part. Dein Part. Bis der Tod uns scheidet. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ich brauche eure Hilfe. Mein geliebter Waljabu hat immer gesagt, dass ihm das Priestergelübde egal ist und dass wir für immer zusammen sein würden. Tja, meine Zeit ist nun gekommen. Und ich habe gewusst, dass ich nicht ohne ihn weiterziehen kann. Also bin ich hierher zurückgekommen und hier für eine Ewigkeit herumgegeistert. Aber Waljabu ist nie aufgetaucht. Ich irre jetzt schon viel zu lange auf dieser Welt herum. Bitte flehe... Ich flehe euch an. Bringt mir ein Andenken an Waljabu. Beschafft... Waljabus... Power. Ah, Salazée. Die weils schon viel zu lange unter den Lebenden. Tut, was ihr tun müsst, um ihre Seele zu diesem mehr als getuldigen Gott zu bringen. Ja? Zack. Hier müsste irgendwo sein und wir brauchen. Ja, hier diese Kugel, die mittlere, mittlere Ishi. Ah, wir haben noch jemand anderes, anderes gelockt. Das werdet ihr bereuen! Na! Eure Seele gehört jetzt Gahun! Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich glaube auch nicht. Nö, ich glaube nicht, dass ich... Seh... Meine Seele gar nicht. Nö, glaub ich auch nicht. Aber... Passt schon, ne? Oshiii... 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 Was denn? Osh... Oshiii... 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 Die hier haben sie, ne? So, was? Ah, die haben die Blutsteine. Zwei von sechs. Geil! Geil! Na gut, drei von sechs. Auch gut. Ich mag die, die Gegend hier nicht so ganz. Sie ist so komisch. Ja, ist aber geil gemacht. Ja, klar. Ist das eine Geistergebend? Da ist noch so einer. Vier von sechs. Was? Dann hab ich auch. Oh, die Bombe hier für die Sonder. Genau für die Bonusziele. Die Bombe hier auch immer erreichen. Hä? Achso, der ist tot. Ich würde zur ganzen Zeit sagen, ey. Warum geht denn das nicht? Das muss so ein Skeletchen. Wir müssen eh wahrscheinlich noch weiter rein. Die ganze Klasse. Was? Ich glaub, die andere Seite ist auch noch. Ich glaub, die andere Seite ist auch noch. Ja, nix. Ich hab' einen. Ja, nix. Ja, ich hab' einen. Und da leuchtet was. Und da ist auch nochmal ne Quest irgendwo. Und da ist auch nochmal ne Quest irgendwo. Und da leuchtet was, was wir angrabbeln müssen. Da hinten, guck. Hm. Und da steht auch die Quest. Ich seh' sie schon. Lass mich erst mal grabbeln. Ich grabbel so gern. Oh, ja, 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 ja. Eins von fünf. Hm. Mutter? Mutter? Oh. Ein kleiner Junge. Irgendwann werde ich ein Loa sein. Die trostlose See. Wo ist meine Mama? Habt ihr sie vielleicht gesehen? Sie ist gleich wieder da, hat sie gesagt. Und ich war ein gutes Mädchen. Ach so, ein Mädchen oder noch? Ein Mädchen. Und habe gewartet und gewartet und gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Hier ist es so kalt und einsam. Hey, konnt ihr mir mal helfen, meine Mama zu spinken? Ich werde euch auch keinen Ärger machen. Da kann man auch schon grabbeln. Im Tempel? Füllen nicht ihre Tempel. Die Kleine hat recht. Ihre Mutter ist nicht auf der anderen Seite. Geht, geht. Findet die abhandene Mutter und bringt sie zusammen. Ich habe kein Ziel. Ja, ja, wir suchen die Mama noch. Garon ist der Meister von diesem Land. Schon bald wird die Nacht der Thürichter verstanden. Nein, 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 ich glaube nicht. Das war's für heute. Das ist... noch nicht... das Ende. Ja, deins auf jeden Fall. Das ist so eklige Blut. Geil! Abgeschlossen. Ach, das Bonuszähler... Wer das Bonuszähler wie noch nicht fertig. Der zentrale Bonuszähl... brauchen aber hier ist ein truhe vergabe für sandi ja gleich hier ist so eine schatztruhe die suche ich gerade zwei schatztruhe also sie werden nix hier ja manche ein bisschen blieb weiche vielleicht ist die irgendwo ja ich muss mich jetzt hier ist man wie die freunde kämpfen die mann warum er noch für dich ich auch ich komme wieder unten ich komme gar nicht mehr hin ne ne muss schon jemand wo sein weil hier ist keiner vielleicht eine linke wollte kommen ich muss hier irgendwo versteckt sein uah hallo viel oder komm ne ne das rechte und in der höhle seine hülle ich will nicht nein ich verrunden es ist jetzt nicht so schön die jetzt nicht ja auch nicht das ist mein problem so ich hab's doch ja wo du musst rein er hoch musst du hier durch die grünen Dinger da über grüne Ding hier guck mal hier siehst mich äh ja hinten an der Seite ja durch die grünen Dinger äh gar nicht ich häng grad ein bisschen fest ich komm grad zu dir die die Fee die brauch heut länger la 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 die Fee die brauch heut länger viel la 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 bist du hier oben boah wo bist du denn hier unten noch ich komm ja gar nicht hoch hä natürlich kommst du hoch hier ach so ja jetzt hast du du ziehst ja ganze Zeit die Viecher mit die ganze Zeit die Viecher am ziehen ne die ganze Zeit natürlich die sind die sind hier hinterher immer da hinten so hopp und hopp und hopp und oh na la 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 und dann ist hier auch schon eine Truhe hey Kriegsressourcen und so jungen vorgabe das das ist ätzen mit der Eule kommt es hier echt schlecht ich weiß wie was hier ist so dann müsste ich hier unten beziehungsweise also hier auf der Höhe also jungen du kannst mal helfen achso ne mädchen jetzt wird sie mir wieder unten angezeigt ne äh hä wo runter denn ach mal rum sannen die wahrscheinlich ok die holen wir uns glaub ich gleich aber wir müssen hier irgendwo noch runter hier muss irgendwas noch sein und vor allem studien ja 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 die das ist mal her das war immer im Geist das ist Falljabu der Mann da kommen wir hin da haben wir einen Ring und hier ist noch eine Kiste hey, Kriegsressourcen, geil hmm hochlackt er kurz dann müssen wir hier hinten in den Tempel ja du bist ein toter Geist verdammt nochmal auf mein Kind ach so, das ist ein Spieler öffnen hab dich gefunden Mutter ha oh 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 die ist glaube ich nicht so freundlich zu uns heute ach komische mutter jetzt sind mutter und ich zusammen für immer zuerst etwas anvisieren ja mutter hat einen fehler gemacht aber ich vergeb ihr jetzt können wir den rest der ewigkeit zusammen auf der anderen Seite verbringen ich hoffe mutter und ich sehe euch bald mal wieder bloß nicht blödes Balg die Altersvieh schlimmer ist der dann auf der Seite da der bestimmte Boss vielleicht da unten oder was wir gehen mal hier gucken vielleicht finden wir ja ja sieht so aus als ob da jemand wartet hallo und ich glaube da will jemand noch die sich holen hat vielleicht auch nur auf Hilfe gewartet da oben hat nur jemand drauf gewartet so m weil wir sind doch als er geht ein bisschen hose hatte ich du mal hier und vielleicht nicht so unbedingt so kommen wir erst hier lang und dann gehen wir bei ihr da die quest noch ab der hauering der hauering ach so die musst du ja lesen hab ich ja wo schon gefunden seine urne ist hier irgendwo salazi wirkt verzweifelt ach weil ja warum bist du nur ohne mich gegangen eine geisterhafte träne rinnt über ihre bangen danke fremde jetzt kann ich endlich in frieden gehen das ist meine mächtige seele der alte bronsam den fühlt sich richtig beflügelt ja meine macht wächst ich weiß nicht ob da so gut ist und ihm seine macht wächst er ist halt nur des todes nur und wie wächst der tod natürlich durch seelen durch den tod der tod wächst durch den tod la 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 der tod wächst durch den tod la 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 tschuldigung ja nein oh oh ich bin da unten gefallen ach ich werd wieder hochgeholt das gut ich bin runtergefallen das war nicht so toll naja ähm überreste der verdammten ihr vom tod habt ihr meine blöden steine ja damit kann ich was anfangen mit der entweite tempel das habt ihr gut gemacht man ich fühle mich in den nekropolen schon wieder fast wie zu hause die heimsuchen der toten ach ich spüre schon wie ihre seelen meine kräfte stärken ich habe doch gewusst dass bonzari seine zeite gut in euch investiert hat so was können wir denn da das ist vielseitigkeit geht runter ja ok wir nehmen hier die hände wir nehmen hände zack so und der trost äh die trostlose seele es war töricht von äh keulers mutter zu glauben dass sie es nicht auf die andere seite schafft aber jetzt sind sie zusammen und ich habe zwei weitere seelen habt ihr gut gemacht man bisschen azerit alles klar geil aber bevor wir weitermachen lege ich mir doch mal eben die neuen socken hier an an die hände die neuen hände so wir sehen uns bald wieder sehr bald kann ich jetzt junge man so sehen ihr habt euch bei meinen aufgaben gut geschlagen das war ziemlich vielversprechend und ich glaube ich könnte mich mit euch auf einem ein packt einlassen oh backe